So, also ein Hund zieht in diese Richtung, der zweite Hund zieht in die Richtung und welche Kraft fühlt man an der Stelle? Um das geht es jetzt und die Kräfte sind Vektoren, Pfeile, die haben eine Richtung und eine Länge und jetzt nehme ich einfach diesen Vektor F2 und baue den an die Stelle nochmal an. So, und wenn ich jetzt hier so gemütlich das nochmal verbinde und das verbinde, dann ist die gesuchte Kraft, das ist diese Diagonale, das ist jetzt F1 plus F2. Also das zeigt die Richtung, das zeigt die Länge und ich bin einfach jetzt erst F1 gelaufen, dann bin ich F2 gelaufen, das ist die Idee hinter diesen Kräften. Moment, da, 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 hier kann ich löschen, genau. Und nochmal zum Beispiel, wenn ich Kräfte habe, dann ist es so, dann kann es sein, also wenn der eine Hund mit 3 Newton zieht, der andere mit 4 Newton, dass ich dann in der Summe nur 1 Newton habe. Wenn die sich einig sind, kann aus 3 und 4 Newton können 7 Newton werden. Und wenn die, hier sind wir ja so, und wenn die jetzt mit 90 Grad ziehen, die zwei Hunde, ja, dann ist die Summe die Diagonale und das wäre in diesem Fall 5 Newton, weil die Länge eben dann 5 Kästchen ist. Noch ein Beispiel, da unten vorbereitet. Hier ist die Idee folgende, kann ich den ausschneiden? Ja, ich kann den hier ausschneiden. Also wenn ich dem sage, lauf den Vektor A, ja, dann stelle ich den da hin und dann läuft der Vektor A. Wenn ich sage, lauf den Vektor B, dann stelle ich ihn da hin und sage, jo, lauf den Vektor B. Okay, okay, was ist, wenn ich sage, lauf, lass mal reden, lauf A plus B. Dazu nehme ich den B und schneide ihn aus und tue ihn dann hier hin. So, jetzt kann nämlich dieses Männchen A plus B laufen. Also, der startet hier, läuft erst den Vektor A, dann läuft er den Vektor B. Und dann kommt er hier an. Und was hat er gemacht? Nee, er was gemacht hat, dass er ist dieses Ding hier gelaufen. Und das ist jetzt schon wieder, also hier kann man jetzt einen Pfeil machen. Das ist der Vektor A plus B. Und dann kann ich das hier so noch ergänzen. So, und dann habe ich die Diagonale. Also, die Summe ist die Diagonale. Das ist so Sinn von diesem Video. Genau, wieder zurück zum Hund Beispiel. Das gefällt mir gut. Und gut. Das beste ich mir gut. Und das ist so, ich glaube, wie geht es. Vielen Dank.